Und damit herzlich willkommen zu meiner ersten Let's Show für den 3DS Und zwar Mario Party Island Tour, der 3DS-Ableger für den 3DS Leider abgefilmt und auch ziemlich verwackelt, dafür entschuldige ich mich jetzt schon mal voraus Aber ich hoffe, euch gefällt's, wir starten am besten gleich Wir werden die Minispiele machen, viele kann ich euch jetzt halt nicht zeigen, weil halt die Aufnahmeposition, wie ich halt aufnehme, extrem lame ist Aber so läuft's, wir nehmen Mario, gehen auf weiter, suchen die Computer dazu, die ich selbst aus, ganz klar Dazu nehmen wir einmal Luigi Ich halt mal ein bisschen weiter weg, vielleicht wird's dann besser Und Yoshi Und mal Luigi nehmen wir noch ins Boot Dann drücken wir auf OK Nochmals OK Und auf Spiel starten Und jo Ich hoffe, ihr habt da Bock jetzt mit mir diese Games zu zocken Wir werden halt einfach mal anfangen damit Wie gesagt, es kommt noch viel mehr, wesentlich mehr Da ich jetzt endlich das gekriegt habe, was ich wollte, kann ich jetzt endlich richtig aufnehmen Und ich hoffe, ihr freut euch darauf Denn es kommt, sehr wahrscheinlich, bald Mario Kart 8 Eine Let's Show Und vielleicht auch bald Mario Maker, das Let's Play Das läuft ja schon, aber halt ohne Kommentarstil Weswegen ich da, jo Halt nicht kommentieren kann, weil da halt ein kleines Mädchen schläft Und deswegen kann ich nicht kommentieren Tut mir sehr, sehr leid, sehr, sehr nice, dass die Felder hier alle erscheinen, wie wirkarte sind Es tut mir leid, wenn die Kamera gerade nicht scharf stellt Das tut mir wirklich sehr leid Oh, nice Oh, richtig nice, ey Vielleicht sollte ich weiter weghalten Ja, wie gesagt, sorry, wenn die Kamera nicht scharf stellt Aber ich hoffe, das ist nur bei 3DS so und bei der Wii U nicht Machen wir weiter Weiter ein Text hier Oh, wie ich halt wackele, ne Aber wenn ihr wüsstet, wie ich aufnehmen muss, dann würdet ihr das komplett verstehen, glaubt mir Ähm, ein Spiel auswählen Ja, bitte Äh, ja, okay, gute Ladesequenz Wir machen weiter müde Ja, Touchpad-Spiele kann ich so verständlich nicht spielen Dürfte jeden einleuchten Ist klar Aber ich muss aber halt auch erstmal die richtige Position finden, ne Ja Ne, das hab ich jetzt gemacht drauf Wir machen mal Das Da hab ich jetzt Bock drauf Das machen wir mal Ja, ich weiß, wie es läuft Ihr braucht es mir nicht erklären Wenn ihr wollt Ähm Dann kann ich auch, ähm Mario Party, ähm Star Rush Ne Show draus machen Ich hab mir das Spiel schon bestellt Und, äh, wenn ihr wollt Schreibt in die Kommis Dann mach ich's auf jeden Fall Ich denk mal, ich bring's sowieso Weil ich da Bock drauf hab Aber wenn ihr euch da drauf freut Das ist natürlich dann wesentlich besser Und ja, ich kann jetzt vielleicht nicht so drauf achten Wie ich spiele Weil ich muss ja gucken, dass die Kamera alles mitnimmt Die ich da Boah, hab ich viele Goombas verloren What the fuck Ah, scheiße Nein, Mann Lauf doch Fail Alter Als ob Als ob, ey Lava, keine Scheiße So schlecht war ich noch nie Naja, jetzt wird geschehen, ne Wie viel da wurde ich? Sechster Ah, sechster, vierter Ich sieh's nicht Ich hab's nicht gesehen Loll Ich hab's ehrlich nicht gesehen Was? Erster? Loll Ich wurde erster Mit so einer schlechten Schlechten Leistung Dein Ernst? Loll Ist ja nice Ja, geil, ne Läuft bei mir auf jeden Fall Wir machen weiter Mit dem nächsten Game Mann, diese Lagerzeiten sind aber auch extrem lang Und zwar Mit Ähm Ich glaub ich hab schon so gut wie alle Ja komm Die Panzerschlacht Die machen wir noch Also sorry fürs Wackeln Aber es macht Spaß Aber es macht Spaß Scheiße, der hat mich getroffen Epic Fail Epic Fail Wenn ihr längere Parts von Mario Party wollt Dann schreibt's mir ne Kommis Und wir haben gewonnen Nice Keine Ahnung Auf jeden Fall werd ich da dran denken Wir werden zocken Ähm Wenn ich das Spiel mal finden würde Ähm Wo ist es denn? Skater? Ne komm Wir machen mal das jetzt hier Das Ich hab jetzt Bock drauf auf das Wir starten Let's say go Boah wie das wackelt Ne Das fuckt mich selbst Aber ich hoffe Ihr verzeiht mir das Ich seh nix Ja Ich muss Scheiße Nein Fail Komm geht halt hoch Mario Boah krass So dumm Hab ich mich noch nie angestellt Boah ja klar Das ist der typische Vorführeffekt Ja Jetzt springt er auf einmal hoch Ist klar Boah alter Als ob Aber ich komm voran Ich komm voran Ich will nix sagen Sorry falls ihr den Hintergrund Geschrei hört Wie gesagt Ich kann natürlich nicht sagen Was ist es Aber Ich glaube jeder hört es raus Wenn man es hört Ich glaube schon Aber ich hoffe ja Wie gesagt nicht Dass man das hört Boah fuck Bin ich schlecht alter 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 Bin ich schlecht Boah Jetzt spring doch halt mal da hoch man Ist das zu viel verlangt Geh halt hoch Geh halt hoch Geh halt hoch Thank you Boah hoch Boah ich bin in dem Game so gut Ne Aber natürlich der Vorführeffekt Ne Das ist natürlich Der 1a What the fuck Alter Geh hoch Yoshi Yoshi Also der haucht mich da echt weg Ja ist klar Aber Yoshi fällt mit Weil der fällt sogar noch tief als ich Ne Zurück 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 Wo ich so schlecht war Nice Und ja Dann bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen Hier ist halt der Touchbind Wie man es dazu kennt Danke fürs Zusehen Bis zum nächsten Video Bis dann und ciao Tschüss 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 Tschüss